Woher sind wir gekommen? Und wohin werden wir gehen? Nach jahrelanger Forschung Kann es doch niemand verstehen Wer hat uns die Welt geschenkt? Wer hat sie ins Nichts gehängt? Es muss jemand sein mit großem Mann Wer bestimmt die Größe oder das Gewicht? Alle großen Flüsse fließen sie ins Nichts Wer hat das denn ausgedacht? Dieses Wunderband vollbracht Es muss jemand sein mit großer Kraft Alle neuen Tage Zeigen auf die eine Frage Gibt es einen Gott, der das erschub? Die Bibel sagt Nach sechs Tagen Schöpfung Sag Gott, was er gemacht hat War gut Nach jedem kalten Winter Gibt es auch Sonnenschein? Wie dreht man die Erde? Das Tag und Nacht kann sein Wer hat den Maßstab angelegt? Zwischen Erde und Sonne in der Welt Es muss jemand sein mit großer Macht Alle neuen Tage Zeigen auf die eine Frage Gibt es einen Gott, der das erschubt? Die Bibel sagt Nach sechs Tagen Schöpfung Sag Gott, was er gemacht hat War gut Ja Geist Alle neuen Tage zeigen auch die eine Frage Gibt es einen Gott, der das erschubt? Die Liebe sagt, nach sechs Tagen Schöpfung sah Gott Was er gemacht hat, war gut Vielen Dank